Daun Daun ist eine Stadt- und Verbandsgemeinde in der Eifel in Rheinland-Pfalz. Hintergrund der Ort gilt als Zentrum der westlichen Vulkane Eifel und bietet entsprechende Naturerlebnisse. Daun verfügt über Mineralquellen und ist staatlich anerkanntes Heilbad. Zu Daun gehören Nachbargemeinden sind, im Tal der Lisa, Nerdlen und Üdersdorf, östlich der Lisa, Schalkenmeeren, mit dem Totenmar und einem Teil des Gemündener Mar, Meeren, Darscheid und Hörscheid, westlich der Lisa, Dorkweiler, Hinterweiler, Kirchweiler, Neroth, Oberstadtfeld. Mit dem Flugzeug nächstgelegener Flughafen ist in 70 Kilometern Entfernung. Mit Bussen und Bahnen benötigt man zur Hauptreisezeit etwa zwei eine halbe Stunden, über Wittlich und Bulley zum Internationalen in 200 Kilometern benötigt man etwa drei eine halbe Stunden, über Kochem und Koblenz. Etwas näher als Frankfurt liegen die Flughäfen bei und. Letzterer ist auch mit Bus, über G-Rollstein, und Bahn etwas besser erreichbar. Mit der Bahn nächstgelegener Bahnhalt ist G-Rollstein, nächstgelegener IC-Halt-Kochen. Tägliche Busverbindungen bestehen auch ZM-IC-Halt-Wittlich. Mit dem Bus Es bestehen Busverbindungen nach Bern-Kastel-Kus über Manderscheid und Wittlich, nach Kochem, nach Koblenz, eins eine halbe Stunden, nach Steinborn, mit Anschlüssen nach Bitburg und G-Rollstein. Mit dem Fahrrad-Mineral-Quellen-Radweg, abgehend vom A-Radweg Eifel-Adennen-Radweg minus von Kehlberg und Prüm aus St. Wied in Ost-Belgien Daunermare-Mosel-Radweg aus Bern-Kastel-Kus-Kosmos-Radweg Kleine-Kehl aus Meerfeld-Kosmos-Radweg Zur Fuß-Lieser-Pfad, von der Mosel aus über Wittlich entlang der Lisa Auf der Straße Bundesautobahn 1, Bundesautobahn 48 bis Dreieck-Vulkaneifel, dort auf Bab 1 bis Abfahrt-Down Bauwerke in der Leopoldstraße Das Amtshaus wird als Hotel genutzt Aktivitäten In der mit 22 Hektar sehr großzügigen Parkanlage gibt es Rotwild, Wildschweine, Schwarzwild, Darmwild, Siegtwild sowie Lamas, Esel und Emus zu sehen. Bisons, Wisente, Jax und Wildpferde sind ebenfalls im Park beheimatet. Auch ein Affenfreigehege ist vorhanden. Für Kinder gibt es einen Abenteuerspielplatz sowie einen Streichelzoo und andere mit Alpakas und Ziegen. In der Falknerei können Flugverführungen mit Greifvögeln erlebt werden. Ein weiterer Höhepunkt im Park ist die 800 Meter lange Sommerrodelbahn. Auf der Blechbahn kann man sowohl alleine wie auch im Zweierbordberg absausen. Im Eingangsbereich findet man noch das Natur-Eum, ein naturkundliches Mitmachmuseum. Öffnungszeiten Anfang März bis Mitte November täglich von 10 bis 17 Uhr, sonst 10 bis 16 Uhr. Eintrittspreise Erwachsene 10,50 Euro Kinder 4 bis 15 Jahre 9 Euro Familienkarte 2 Erwachsene und 2 Kinder 37 Euro Fahrpreise Sommerrodelbahn pro Fahrt Erwachsene 2,50 Euro Kinder 1,50 Euro Vollständige Übersicht der Eintrittspreise Weitere Infos und Kontakt Wildparkstraße 1, 54.550 Down Telefonnummer 06592-3154, wildpark-down.de Stand 09 bis 2019 Ausflüge In fußläufiger Entfernung befinden sich die Daunermare. Das Gemündener Mar erreicht noch das Stadtgebiet und ist gut mit dem Region Albus 300 in Richtung Wittlich erreichbar. Eifeler Glockengießerei in Brockscheid südlich von Daun, der Betrieb kann im Rahmen einer halbstündigen Führung besichtigt werden, Gruppen nur auf Voranmeldung. Weitere Infos www.glockengießer.de Nach Wallenborn zum Kaltwassergeysir, genannt Brubbel, ca. 12 km, Manderscheid.